ja ja okay ich hab jetzt die aufnahme gestartet ein bisschen chaotisch also ja ok ich bin hinter dir ah ok ich bin heute so eine art hardcore games halt einfach einen kleinen rang und reisen ihr seht es sind nur 20 leute da und wir teamen also perfekt 20 leute ein team mit zwei leuten richtig und fährt zwar aber egal ich glaube wir sind nicht die einzigen die team das habe ich finde ich habe hier in place das zeigt er an das steht im blauen chat also ich habe hunter bekommen weiß nicht was das macht hunter ist das nicht jäger ja aber ich habe keine kann item oder so bekommen und wo sieht man was das ist eigentlich müsste man das müsste man das auswählen und dann bei der ausweisende beschreibung da aber das ist so im baggie momentan also wir konnten kein ich habe pickpocket da sieht man das dm wind also waren die ich weiß was das macht ich habe von einer q3 steaks bekommen hier warte ich mache uns bald mal holzschwerter ja ich habe auch ein bisschen holz gefahren ich guck mal ob wir noch in hier kühl sind können wir machen so wir haben jetzt bei den holz schwert und dann mache ich noch eine holzhacke damit ich mal steiner packen kann hinten ist ein schwein das kriegt töten verliert man hier auch so schnell die erbung erleben ja ich habe von zweimal kohlen verloren ich habe noch keine einzige verloren wo bist du da bist richtig ja das sind zu den kompass wir freuen uns ich konnte ali 2 soft hd ich auch soft deshalb auch immer kann schon sein dass das hier ein bisschen baggie ist okay kommen lassen und die älter gehen jo oder war müssen wenn wir jemand ohne waffe sind wenn wir den direkt mal kill wo wirst du überhaupt gibt alle holzschwert dankeschön dann probiert da hinten hat jemand der hat auch holzschwert der scheint da ist einer der mit steinschwert ach so sind wir da sind steinschwert weil genau den habe ich auch gesehen dann habe ich es falsch gesehen oh oh ne der das was ja ja holz alter bei er hat sie doch kein bestand wird vielleicht verzaubert das holzschwert oder so ne da hat auch nur ein holzschwert habe ich mich wo vorguckt ok dann lassen wir steine fahren ja ok können wir uns kommen haben wir uns hier das ist eine schaufel was meine scheiß drauf ich habe eine spitzacke ich auch oh sorry gut hier rein dann können wir hier nämlich direkt wieder zu machen mit erde ja gut dann machen wir erstmal steinschwert ja ich kann mir auch immer eins machen habe auch noch ein stick übrig gehabt hatte eine so leck das jetzt bei mir so ich habe durchgehen 60 fps ich habe eigentlich auch so viel frames aber irgendwie habe ich lecks steht jetzt habe ich 90 das ist doch das lustige bei mir ist das meistens so mal 30 mal 60 mal 90 mal 120 ich habe manchmal sogar 1000 frames das ist auch das ist richtig ich habe bei ender games den 15 sekunden leck den er umgespielt hat den habe ich nicht mal das einzige problem an meinem computer ist die internetverbindung da habe ich ja richtig scheiße weil ich kein ethernet kabel sondern usb stick so eine art hat ach so ja ich habe ich habe ein kabel was habt ihr denn für eine leitung also ich weiß gar nicht ich habe irgendwie 8 mb die sekunde hochladen oder also ok ich möchte mir sowieso mal ein ethernet kabel kaufen und ja du bist dann hier mal so ein bisschen geht ich fahre mir gerade noch ich mache mir acht mal ganz schnell holzkohle machen aber jetzt habe ich über 100 frames ich hasse ist wenn ich 30 frames habe das wirklich richtig ekelhaft das nervt da liegt ein bisschen fleisch kommt ne eigentlich lecks bei mir wirklich gar nicht auch die internetverbindung hängt nicht nur sobald ich mit fraps aufnehmen kommt das ich brauche auch mehr das problem habe ich jetzt nicht ich habe die also ich nehme ja nur mit fraps ob ich habe nur fraps ich könnte auch mit open broadcast aufnehmen hat das ja aber auch ein bisschen ist aber nicht so gut wie für ja ich bin ich würde ich wollte also ich mich irgendwann mal wenn ich ein bisschen bekannter bin auch mal streams machen aber kleine frage kann man hier überhaupt hier finden ja ja ich hatte auch schon öfters mit ihr schwert ach okay cool das gibt es eben bei der dem anderen server nicht da kann man die aus nur von vom fies bekommen ach so ja also wenn man die fiest rechtzeitig bekommt dann hat man noch teilweise komplette die errüstung das ist gut ich bin jetzt auf höhe 35 aber ich finde kein einziges eisen so krass ich mache gerade holzkohle kann ich dir gerne ein bisschen aufleuchten aber das ist gut da greift jemand an wo bei unserer base ich habe ihn aber gleich der läuft weg ich habe ihm ein einschlag würde noch wie sie seinen namen ich komme hoch ich komme verdammt nicht kann ich mir schnell laufen der auch nicht ach da ist nicht so ich finde die zeit gegen frieden aber da habe ich ihn verarscht kommt zurück zu sein das war das war das kann ein paar bahn so ja also der hatte verdammtes wir müssen noch ein verzaubertes holster liegen ach so halt einfach dasselbe wie bei ender games und das liegt hier nirgends ja ich denke aber er hatte keine rüstung ich denke also dann wahrscheinlich nur ein schwert und dann ist ja richtig doof das ich habe mich um zu lassen zu machen seit ich habe keine Ahnung was ich machen kann was um pickpocket ja Prozent und zurück achte ich weiß jetzt hier muss ja ich weiß ja wo es lang ging ich freunde megan PL also unterstrich PL man wollte echt was zu essen ich habe mir zum Glück ein bisschen was gebraten okay dann ist ja toll zehn holzkohle habe ich kann es sein dass du so schnell essen leben verlierst ich habe immer noch voll und habe erst ein steak gegessen ich habe eine halbe hunger kohle noch kann man wohl verbrennt schade ich habe noch eine werkbank übrig da hat auch eine dabei aber ich bin jetzt auf der höhe ab der man die aus finden können ja ich komme mal mit ein paar fackeln das coole wäre wenn wir so die aus finden aber noch kein eisen hätten das war mies richtig gemein ich habe noch gar nichts gefunden an ärzten weder kohle noch eisen noch ich auch nicht sonst was das war zu geben aber es nützt wenig auch dass es viel xp gibt also wird das bist du weiter ich dachte schon ab hier kann man gut die erst haben wir können wir hier so ein bisschen stück nein ich gehe mal in die richtung da ob ich meine werkbank auch da müssen wir nicht immer nach oben rennen ja das ist gut holz habe ich auch noch ganz wieder bei du hast ich eigentlich noch eine kiste machen könnte aber auch was brauchen wir glaube ich nicht so jetzt haben wir eine stein spitze wieder leider was macht das geht wohl da kriegt man fährt gleich zu anfang ja könnte sein oder halt zattel und solche sachen ja und der karottenrute könnte alles möglich sein ich weiß ja nicht oh lava 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 oh dann wir müssen uns um den lavasie rumgraben oh das ist gar kein sie ich mach nochmal fackeln das ist eine höhle ja perfekt geil kohle und redstone sehr viel kohle redstone da drüben geht es weiter mit der hülle gegenüber vom lavasee ja hier auch ich glaube nicht mal da lang also wie ging es richtung von dir warte ich gehe in die andere richtung der hülle okay einige haben schon eisenschwert und woher weißt du das woher weißt du das woher weißt du das weg in dem eisenschwert ähm im chat wird immer angezeigt womit getötet wurde oh okay oder wie er gestorben ist oder deutlich weiter mit der hülle oh ne nein oh fuck ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne komm stirbt nicht ich hab noch drei ich hab drei hälzen noch ich brenne ich habe zweieinhalb herzen ich brenne nicht mehr brauchst du was zu essen ja ich komme ich komme kurz geht zurück bisschen weg vom lava so dankeschön ich glaube ich mal ein bisschen was zu essen fahren das heißt ich weiß nicht ob das klug ist ich habe immer noch volles hunger leben ist nie kalt einfach die ganze zeit und verlierst du auch kaum was okay und außerdem könnte ich die anderen nicht sehen ja ne kompass ja okay aber sie wissen nicht in welcher höhe ja okay das stimmt hier ist kohle nico kann ich drüben auch fahren gehen aber ich habe da noch lang war auch noch was guck mal fuck jetzt ich hatte gerade 10 frames jetzt habe ich jetzt habe ich gerade kurz über 100 jetzt habe ich über 80 ich habe heißen gefunden oh geil geil ich sicher den weg mal ein bisschen ich mache einen ofen vor allem erstmal naja glück gehabt das zweite stück eisenwerfer beinahe verbrennt oh nein aber es ich habe es auffangen können ich mache mal zwei öfen naja werfen fünf gemacht so es stehen schon kohle habe ich auch noch ein bisschen und preis du auch ich habe nur ein kohle was so ich habe fünf also viel holzkohle und ein normales stück kohle was so eigentlich oben wieder zugebaut dort da wo wir ja 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 auch gut sonst würden die mit Leichtigkeit hier runterkommen und setzt es mal sich das gespielt hat da hatte ich am Ende hin die erschwert und voller eisenrüstung ohne ist sowas kann so gut was anfangen da war ich zweiter Platz dann glaube ich ich habe nämlich aus Versehen ich hatte auch mit einem anderen Kumpel geteamter ist dann aber gestorben und der hatte halt dann die ganzen Tränke hatte mir aber noch vorgegeben und da habe ich mir auch so sie selber Schwäche gegeben klugerweise und einmal auch selber Vergiftung und Verlangsamung da hinten geht noch weiter mit der Höhle aber soweit kann ich nicht gucken weil wir auf so einer niedrigen Höhe sind wo meine Sichtweite ist auf 10 Chancen was habe ich für die Sichtweite ganz stellen ich habe 21 Chancen geht das so hoch das geht nur bis 16 ich kann noch bis 36 bis 36 seit 1.7.2 ich bin ich mir auf 1750 bis 16 ach so okay ich bin auf 1.7 hast du vielleicht optisch ein drin ja ach so das habe ich nicht drin das habe ich ah oder könnte es deswegen sein ja ja vermutlich dann konnte man ja früher bis extrem gucken ich bin immer zuvor mir sowas zu installieren ich brauche ein optisch kein feind für diese sein aber schon ist es so kacke denn wenn du so ein bisschen bekannt ist auf youtube da kommen so die leute und überschreiben sozusagen dein cape ja war ja mega projekte hat ja einmal um gespielt angeredet dass er schon ja so ein komisches komisches cape hat und das ist mein aufhören soll im capes zu kaufen ich weiß auch gar nicht warum man das macht einfach geld wie man anders ausgeben aber ich glaube soweit ich weiß kann man das wieder zurück wechseln ja und eine spitzsacke ich hab mir noch mal holz vielleicht kriege ich mir in cape weiß nicht aber ich weiß nicht genau wie das geht beim kraften terminal das nur wie es beim normal gehen würde die zwei eisen sind fertig ja ich weiß man sich jetzt aber daraus falls jemand kommt dann kann das nicht klauen okay und hier ist lauer ohr strip meine mal ein bisschen weiter davon dass ich mehr eisen finde und vor allem die hast du ja wir haben wir keine eisen spitzsacke haben das ist ein bisschen ironisch oder wir finden die aus nachher haben wir keine eisen spitzsacke gehen kurz eisen farmen kommt zurück und dann ist das eisen es sind die die es weg ja auch fies drüben fünf minuten nur noch nur neun leben wir sind zwei davon aber war aber die anderen wahrscheinlich besseres geklappt das glaube ich irgendwie auch zwei sind von uns gestorben oder von dir besser gesagt auch von uns ich finde ja nichts ich habe ja eigentlich noch fünf kohle ich könnte denn ich hätte er habe hier noch ganz viel kohle gefunden aber brauche ich nicht ja das nützt uns ja nichts ohne eisen auch und hat dann gar nicht gekommen hast du schon eisen schwert oder hat was ist das was uns gesagt nur zwei eisen war nur zwei eisen so ich hab jetzt 20 ver hast du schon alles geleuchtet ja ich war doch kurz dran und das hin ich würde sagen war wenn er fies zu zwei minuten ist dann sollte man vielleicht hoch gehen nicht also wenn wir gar noch nicht sagen ausrüstung haben dann wird es sich auch nicht lohnen rum zu gehen ja aber der fies da kriegt man teilweise echt mit diamanten zugeschmissen das problem ist wenn er da noch andere leute drauf waren ja schildern das heißt solange wir nicht so gutes equipment haben sollten wir vielleicht etwas defensiver bleiben ja stimmt was die geht ja wirklich nichts das ist so kacke ich bin so deprimiert gerade wieso leichte ich nicht aus sonst habe ich noch mehr glück ich habe ist und Musik Musik